Einen wundervollen guten Tag zusammen und willkommen zurück. Heute wollen wir uns um User-Input kümmern. Das bedeutet, ihr könnt danach auch wirklich Sachen in euer Programm eingeben. Es ist nicht einfach eine einfache Berechnung, sondern es ist eben auch dann basierend auf dem, was der Benutzer eingibt und was er berechnet haben möchte. Das heißt, ihr könnt dann eben zum Beispiel solche Dinge machen, wie der Benutzer gibt Befehle ein. Zum Beispiel könnt ihr dann einen kleinen Chatbot schreiben oder ihr könnt sogar ein Minispiel schreiben. Solche Dinge könnt ihr danach machen. Und ja, das ist tatsächlich, ich weiß nicht, es ist eigentlich eine wichtige Sache, deswegen zeige ich euch das jetzt einfach mal. Und dazu gehen wir erstmal her und sagen, wir wollen erstmal was ganz Grundlegendes machen. Und zwar erstmal User-Input vom Typ String ist gleich ReadLine. ReadLine ist die Funktion, die ihr braucht, um tatsächlich hier eine Benutzereingabe auszugeben. Äh, Quatsch, und ich wollte hier eigentlich auch nichts reinschreiben. So, und was ihr jetzt hiermit macht, ist eigentlich relativ simpel. Ihr könnt hier direkt einfach sagen, Printline User Input. So. Problematisch ist jetzt allerdings hier, dass ihr hier einen String-Fragezeichen rausbekommt. Was das genau ist, das zeige ich euch im nächsten Kapitel. Deswegen lasse ich hier den Typ einfach weg. Ähm, denn bei Kotlin kann man Typen angeben, man sollte auch Typen angeben, aber man muss eben nicht unbedingt, ähm, wobei man es wirklich eigentlich tun sollte. Aber, ich lasse das jetzt hier absichtlich weg, weil wir hier eben, ähm, einen Spezialtyp haben, den ich euch noch nicht erklärt habe. Und ich möchte euch aber trotzdem die User-Eingabe zeigen. So. Wenn wir das jetzt hier machen, dann steht hier plötzlich nichts. Und ich muss, also das Programm läuft auch offensichtlich noch. Ich habe ja, ähm, diesen, diesen roten Button zum Terminieren von meinem Programm. Das heißt, ich kann irgendwas eingeben. Und ich mache jetzt einfach mal ein Hallo Welt. So. Und dann wird genau das ausgegeben. Grün bedeutet, das habe ich eingegeben. Schwarz ist die Ausgabe von meiner Command-Line. Ganz gewöhnlich. Und jetzt ist auch das Programm zu Ende. Super. Ähm, das bedeutet, ich kann jetzt hier offensichtlich irgendwelche Sachen eingeben. Und jetzt kann ich zum Beispiel sowas machen wie, ähm, möchtest du, ähm, ja, vielleicht soll ich ein Print-Line vorne dran schreiben. Möchtest du das Programm beenden? Ja, oder, ups, ja, oder nein. Und dann sagen wir hier einfach, if User Input, ups, if User Input gleich gleich, ja, warum macht es mir denn die Klammer hier nicht? dann möchte ich Print-Line K Thanks Bye und ansonsten sagen wir Tro-lo-lo und beenden das Programm trotzdem, weil es gibt danach nichts mehr. Also im Endeffekt ist das hier ein sehr sinnloses Programm, aber das sind die ganzen Programme, die wir bisher gemacht haben. So. Äh, ja, und, ähm, ich sollte vielleicht diese Abfrage vorne dran schreiben und nicht nach diesem ganzen Ding. Okay. Möchte ich das Programm beenden? Ja oder nein? Sagen wir einfach mal Ja. Okay, Thanks, Bye. Und wenn ich, also das Programm ist auch beendet, und wenn ich jetzt nochmal starte, dann kann ich natürlich hier auch ein Nein eingeben, dann wird Tro-lo-lo gemacht und es wird trotzdem beendet. Juhu. Ähm, das heißt, wir können hier tatsächlich, ähm, Programme schreiben, die irgendwas mit dem, mit diesem User Input machen. Was machen wir denn, wenn wir jetzt aber zum Beispiel eine Zahl haben wollen? Denn wenn ich jetzt hier eine Zahl eingebe, dann wird die hier drin als String verarbeitet. Ihr wisst mittlerweile, Strings sind nicht dasselbe wie Zahlen. Wenn ich eine Zahl eingebe, ist sie in einem String was anderes. Ich kann damit nicht rechnen. Wenn ich eine Zahl in einem String eingebe und zum Beispiel hier, ähm, Readline plus 2 mache, passiert folgendes damit. 1. Ja, ich sollte vielleicht ja eingeben. Ups. Wobei, nee, hat trotzdem geklappt. Ähm, weil wir hier nichts, also was anderes gemacht haben als ja, also funktioniert jetzt. Ich muss jetzt hier nur die Zahl eingeben. 3. Und dann kommt hier plötzlich 3 plus 2, was offensichtlich nicht 32 ist, aber, nun ja, wenn ich eine 2 an einen String anhänge, dann ist es eine 32, weil dann das hier auch als String interpretiert wird und dann wird es einfach hinten dran gehängt, ja. Das heißt, das ist nicht das, was wir haben wollen. Wir wollen offensichtlich einen, ähm, naja, eine, eine, eine Zahl daraus haben. Das heißt, wir wollen einen Integer erstellen. Und das können wir machen, indem wir hier zum Beispiel, ähm, gib eine Zahl ein, so, und dann sagen wir hier, ähm, ähm, weil, zahl ist gleich, so, und jetzt sagen wir hier nämlich etwas anderes, integer, Punkt, value of, und da erwartet unsere Eingabe tatsächlich ein String, den wir von readline bekommen. Das heißt, wir sagen hier, okay, lies eine Zeile ein und wandel es danach in eine Zahl um, indem du hier liest, was da eigentlich drin steht. Also, schau mal, was in dem String drin steht und versuch daraus eine Zahl zu basteln. Und diese Zahl, die versuchen wir jetzt hier mal zu addieren und wir sagen dann hier, okay, wir wollen das Programm nicht beenden, gib eine Zahl ein, dann sagen wir hier 5 und raus kommt 7. Ja, ähm, hat funktioniert, das heißt, wir haben jetzt hier offensichtlich 5 plus 2 gerecht, was für eine Magie. Aber, ja, damit könnt ihr tatsächlich auch mit Zahlen agieren und damit könnt ihr jetzt auch zum Beispiel, ähm, euer Schachspiel hier komplett, ähm, richtig machen, das wir im letzten Video gemacht haben. Damit könnt ihr quasi auch sagen, okay, ihr lasst zwei Spieler gegeneinander Schach spielen. Und das wäre tatsächlich mal eine schöne Aufgabe für euch. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Allerdings werden wir die Übung noch eine Weile nicht hier besprechen. Das heißt, probiert es mal für euch selber und vielleicht werden wir das dann in einem späteren Teil der Playlist besprechen, wenn wir dann auch noch uns ein bisschen mehr mit Strings beschäftigt haben, damit es noch eine coolere Aufgabe wird. Ansonsten ist es natürlich trotzdem sehr sinnvoll für euch. Alles klar, das war es von meiner Seite. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.